Hallo zusammen, es ist Freitag, der 16. April, wir haben 17.34 Uhr, DAX rechnet noch, ist im Moment bei 15.460, ein neues All-Time-High. Und heute möchte ich das Ganze mal mit diesem Bild hier anfangen. Bear is waiting for the market to pull back. Ich habe das heute bekommen, ich fand das so klasse, vor allen Dingen den Freund hier. Ja, also, hier wartet wir aufs Essen. Es ist tatsächlich so, das spiegelt so die Laune des Marktes wieder. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die also heute die fünfte Position in Putz eingegangen sind, weil es die ersten vier zerprügelt hat, weil das ist doch alles viel zu hoch und das kann doch alles gar nicht sein und das passt doch nicht ins wirtschaftliche Umfeld. Ja, Börse ist brutal. Wenn ich hier durch die Straßen gehe und da ist der Schuhmacher pleite, der Friseur pleite und was weiß ich, was für Läden allen noch pleite. Es ist schwer, das zu erklären. Ja, aber die Börse ist nun mal brutal, das interessiert sie nicht. Wenn die Börse hört, ein Unternehmen schmeißt tausend Leute raus, dann rechnet sie hoch und sagt, oh, das sind ja da weniger Kosten. So banal muss man das einfach sagen. Natürlich kommt dann dazu auch noch das Geld, was dann da überall gedruckt wird. Irgendwann wird die Rechnung kommen, die wird Deutschland mit Sicherheit auch wehtun. Wenn wir mal in sechs Monaten das alles mal so einen Schlussstrich ziehen oder vielleicht in acht oder neun Monaten, dann kommt eine Rechnung. Deutschland glaube ich, ja, das wird wehtun. Aber denken Sie mal an so Länder wie Italien, die waren schon vor Corona pleite oder Spanien. Das wird bitter, bitter böse, aber so weit ist es nicht. Und es hat keinen Sinn, sich dagegen zu stellen. Und ich fange die ganze Geschichte an mit dem Monatschart. Gut, das ist jetzt also eine Kerze, ein Monat. Und wir sind hier natürlich super hoch, aber nicht den Hauch einer Schwäche. Nicht den Hauch. Und ja, wir sind überkauft und zwar heftigst. Das interessiert nicht, ist egal. Ich will Ihnen mal einen Vergleich zeigen. Das war 2005. Ich rolle das hier mal runter. 2005 ist hier. Nehmen wir mal hier nur die Stochastik. Wir sind also im Dezember 2004, da waren wir da, war der Markt überkauft. Und das hat bis in die Mitte 2006 gedauert. Das ist also hier, ja, ein Hoch, keine Frage, aber auch hier kein Zeichen der Schwäche. Dem Zusammenhang immer wieder weise ich darauf hin, auf den Freund hier, auf das Sentiment. Schauen Sie mal, wo wir jetzt sind. Wir schließen am All-Time-High. Ja, wir sind bei minus 60. Das Ding ist echt eine Hilfe. Ja, die Leute fixen rein, als gäbe es kein Morgen. Da komme ich wieder auf die Bären. Ja, die warten alle auf den Pullback. Ich merke das bei mir. Ich habe auch Long-Positionen. Ich habe sowas wie LVMH. Seit heute habe ich Bayer. Ich habe eine SAP oder Lieblingsaktie Pernod-Rigard. Als Halbfranzose muss ich die haben. Ich habe aber auch so Sachen, das darf ich gar nicht laut erzählen. Reconations Energy. Ja, die machen immer so 70 Prozent an einem Tag. Völlig durchgeknallt. Aber jeden Abend überlege ich mir so um kurz vor 10, machst du das jetzt zu oder nicht? Und dann mache ich lieber den Computer und sage, lass ihn doch mal laufen. Am nächsten Tag geht es einfach weiter. Es hat keinen Sinn, sich dagegen zu stellen. So, zurück zum Monat. Also die Bänder gehen weiter auf. Das ist insgesamt positiv. Ja, wir sind überkauft. Ja, wir sind hoch. Aber wir sind auch im All-Time-High. Vom Monat her ist das alles in Ordnung. Hier ist dieser kleine Trendkanal, den ich auch die letzten paar Wochen immer wieder gezeichnet habe. Aber auch hier gleiches Bild. Wir sind extrem hoch. Keine Schwäche. Wir sind hoch. Das Histogramm geht auseinander. Keine Schwäche. Die Bänder gehen nach oben hin auf. Keine Schwäche. Das ist kein echter historischer Chartwiderstand. New Territories. Uncharted Territories. Da ist nichts. Da ist auch nichts Negatives. Dann haben wir mal den Tag hier. Und damit machen wir jetzt einfach weiter. Ich ziehe das mal ein bisschen größer auf. Nochmal Respekt an alle, die sich den Film auf dem Handy anschauen. Ich könnte es nicht. Ich habe es probiert. Ich kriege das nicht wild. Ich bin aber auch zu eitel für eine Brille. Bevor ich damit anfange, muss ich diese Geschichte hier mal zeigen. Das ist der VDAX. Das heißt, es ist die Volatilität für die DAX-Optionen. Wir sind heute hier bei 16,65. Das war März letzten Jahres. Da waren wir bei 85. Wir sind also jetzt ungefähr wieder auf dem Durchschnitts-Niveau, was wir hatten seit April 2018. Ich habe jetzt hier nur mal drei Jahre reingemacht. Das heißt, die Optionen sind insgesamt, wie ich meine, fair bewertet. Wer es ja welche bei 26 gekauft hat, der hat nicht so viel Spaß mit den steigenden Kursen, weil die Volatilität runtergeht und dadurch auch die Prämie sich reduziert. VDAX-New. Und dann will ich noch eins zeigen. Das ist diese Liste hier. Das bekommt man, wenn man in Google eingibt, wer bewegt den DAX. Und das ist nämlich das, was momentan so schwierig ist. Wir haben heute hier sind das Siemens, Daimler, Allianz und BASF. Und die allein, ihr seht hier hinten dran, wie viele Punkte heute die Veränderung in Siemens ausmacht. 44. Was jetzt noch fehlt ist, seit fünf Tagen sind die SAP um, was war das, 12, um 13 Euro gestiegen. Das alleine sind 130 Punkte. Und der ganze Rest hier, der verhungert. Da ist nichts, da ist nichts Besonderes. Also Merck, RWE, die verändern auch den DAX nicht so. Aber wenn da vier Werte sich auf die Reise machen und bis so ein Big Ship wie Siemens oder Daimler oder Allianz oder BASF, bis der Tanker mal bremst, das ist ein langer Bremsweg. Das ist eine hochundessante Liste, wer bewegt den DAX, gibt es bei Finanzen.net, ist die. Zurück zum Chart. Wir haben hier absolute Hungertage. Das war wirklich, das war eine Frechheit. Das sind ja teilweise nur 70, 80 Punkte pro Tag an Bewegung. Das ist brutale Arbeitsverweigerung. Und dann knallt er durch. Dazu braucht er noch nicht mal eine richtige Nachricht. Eine weltbewegende Nachricht. Die braucht er nicht. Denn es reicht aus, dass die Leute, die von hier irgendwie irgendwo short sind, sich hier bestätigt fühlen, die Position nochmal vergrößern und dann sagen, oh verdammt, wir machen ein neues hoch, wir müssen wieder rein. Und das reißt den Markt hoch. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier neue, frische, wilde Käufer reinkommen, die sagen, es ist alles billig. Und die VW, die ich bei 160 nicht gekauft habe, die muss ich jetzt bei 240 kaufen, weil sie gehen auf, was weiß ich, 280. Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe mehr so den Eindruck, das sind jetzt mittlerweile so die Panikblüte. So nennt man das, glaube ich, in der Natur, wenn der Baum noch einmal hoch geht. Die Leute sagen, oh verdammt, wir haben jetzt hier vom 1.1., da sind wir, wo sind wir denn? Hier haben wir jetzt mal von 13.700 fast 2.000 Punkte vielleicht nicht richtig mitgemacht. Das sind ja auch mal schon mal ein paar Prozent, die dann sagen, ich muss die Performance jetzt reinhauen. Also ich muss jetzt hier ordentlich Gas geben. So kommt mir das vor. Aber das ist eine Behauptung, die kann ich nicht beweisen. Gebe ich ganz offen zu. Vom Chart her, von der Technik. Die Bänder sind nach wie vor völlig in Ordnung. Alle beide leicht nach oben begriffen. Das ist ein klassischer Trendmarkt. Gleitendurchschnitte positiv. Neues All-Time-High in der Nähe des oberen Bandes. Soweit eigentlich alles okay. Schwierig würde es erst, und da gehen wir mir die Glocken an, wenn wir hier die 15.150 mit einer Stundenkerze unterbieten. Weil das haben wir 1, 2, 3 Mal gesehen. Da hat er immer ziemlich gut gehalten. Das ist für mich momentan der erste wichtige Support oder die erste, naja, ich möchte nicht sagen dunkelrote, aber dunkelorangene Ampelsituation. Da muss man aufpassen. Aber da sind wir jetzt auch schon mal ein paar Punkte von weg. Wir hatten hier fast, genau wie da, ein Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise im MACD. Das hat sich abgefedert. Das ist neutral bis leicht positiv. Auch hier, genau wie in der Woche, genau wie im Monat, sind wir sehr, sehr hoch über den Oszillator. Aber auch hier kein Verkaufssignal. Ist nicht da. Ja, es mag opportun sein, man kann auch Glück haben, wenn man jetzt hier irgendwo einen Putt kauft, dass das vielleicht wirklich jetzt hier irgendwo das Hoch ist. Aber ein Beweis dafür, der bleibt aus. Den Beweis dafür, den habe ich erst, wenn wir hier drunter gehen, unter die 15.150. Also von daher, der kann hier noch eine Strecke zulegen. Es ist nirgendwo ein sinnvoller Punkt. Ich habe kein Verkaufssignal. Und die Shorts, die hecheln. Es ist wirklich, der Begriff der unbeliebtesten Hosse ist wirklich angebracht, muss man so sagen. Ja, da sind nur wenig Leute glücklich hier. So, kommen wir mal zu den Scheinen. Ich orientiere mich an der 20-Tage-Linie. Sie ist weiter im Steigen begriffen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jeden Tag hier mal eine kleine Bewegung nach unten kommt. Sowas in etwa. Ich glaube allerdings nicht, dass wir in dieser Bewegung dann gleich die 20-Tage-Linie nach unten brechen. Würden wir das tun. Und das kann passieren, wenn wir die 15.150 unterbieten. Dann ist Vorsicht geboten. Ansonsten suche ich mir eine Basis unter der 20-Tage-Linie. Die ist, wie gesagt, jetzt momentan bei rund 15.000. Und ich komme auf diesen Schein hier. 14.901,77. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GH40VW. Ich glaube, den hatte ich schon mal genannt. Also zumindest die beiden letzten Kürzel sagen mir was. GH40VW. 14.901, also ich kaufe ihn nicht mehr, gebe ich ganz offen zu. Die sollen sich jetzt hier oben austoben. Die sollen jetzt hier das letzte rausquetschen. Aber wenn einer das Interesse daran hat, dann kann er den nehmen. Ich würde allerdings einen Stopp schon setzen, wenn wir wirklich unter der 15.150 sind mit einer Stundenkerze. Sagen wir mal 15.120, da muss man den stoppen. Aber viel näher möchte ich auch nicht rangehen. Bei dem Putz nenne ich euch zwei Alternativen. Die eine ist eine ziemlich heftige Option, hat im Moment einen 36er Hebel, 15.872. Da sind wir da, wo jetzt die Maus ist. Den lege ich mir auf die Watchlist. Ich kaufe den noch nicht. Aber das ist dann einer, den ich nehmen würde, wenn wir die 15.150 unterbieten. Und der hat die Kennnummer GH2ZTG. Ich gehe aber auch noch mal ein bisschen höher mit einem gemütlicheren Hebel. Da sind wir so bei 20 ungefähr. Und mit dem 20er Hebel landen wir jetzt schon bei 16.219. Da sind wir also außerhalb des Charts hier. Aber auch der kommt für mich noch nicht in Frage. Das sind jetzt zwei Scheine für die Watchlist. Und die gucke ich mir jeden Tag an. Wie laufen die, bewegen die sich. Was passiert dann da? Der 16.219er ist die GH2SJU. Gustav Heinrich 2 Siegfried Jupiter Unsinn. GH2SJU. Aber wie gesagt, den mache ich noch nicht. Es hat keinen Sinn, sich gegen den Markt zu stellen. Ich denke nicht, dass das eine Bayer Stampede ist, sondern dass das frustrierte Käufe sind, die einfach sagen, wir waren nicht dabei, wir müssen jetzt noch irgendwie was tun. Es wird dünn, aber das kann sich hier noch ein bisschen ziehen. Also deswegen Pulver trocken halten, auf echte Signale warten. Ich habe hier keins, ich habe hier keins, ich habe über die gleitenden Durchschnitte keins, ich habe über den Chart keins. Das kommt alles erst bei unter 15.150. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.